Man wird immer ein wenig höher genommen, wenn man sagt, es sei die Steiner Schauscham, klar, aber ich möchte einfach mal vielleicht sagen, es ist wichtig, gibt es die. Es ist auch ein geschützter Rahmen für all die psychisch Stabilen. Leer. Und sind wir ehrlich, ist einer heilpädagogischen Schauschamauer-Pädagog gehält worden? Das Einzige, was man da gehandelt hätte, ist die Legaspenizie. Das sind die, die Buchstaben in die Richtung lesen können. Übrigens nicht verwechseln mit denen, die Zahlen in die Richtung lesen konnten. Die sind dann auch zur Credit Suisse gegangen. Und das muss man mit anderen Briefen sammeln, zum Beispiel Altenpfleger. Altenpfleger. Nein, das muss heissen, Head of Senior Cleaning. Oder Metzger. Metzger. Äh, Head of. Head of. Bananenreifer ist ein Beruf tatsächlich. Der Job ist ein bisschen ähnlich wie bei der Eidgenössischen Rassismuskommission. Man beobachtet und schaut, dass es nicht anzugraut wird. Der Assad wäre heute auch genarzt. Der Mussolini wäre Grundschullehrer geblieben. Und der Bölle würde immer noch die Platte legen, statt die Kauke. Das ist nicht anzugraut. Wer schafft mehr Sets pro Stunde? Ist das A, der Johann Schneider Ammann in der Rede? Aber er hat auch mehr Breaks drin. Welcher Fall kommt auf Walliser Deutsch am häufigsten vor? Ist das A, Nominativ, B, Genitiv oder C, Aperitiv? Das A, Nominativ, B, Genitiv oder C, Aperitiv oder C, Aperitiv? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.